Malta. Servus. Kannst du dir denken, warum ich da bin? Vielleicht willst du deine eigenartigen Verhaltensweisen vom heute Vormittag erklären. Ich habe so einen Stress gehabt, deswegen war ich so unhöflich. Kein Problem. Ist okay für dich? Gut, danke. Ich habe den Engelberg mitgenommen übrigens. Engelberg? Aha. Ja. Hallo. Also, er sagt, ich habe dich wahnsinnig gut verstanden. Und jetzt habe ich eine Frage. Könnte er vielleicht eine Nacht bei dir schlafen? Maximal zwei. Wieso schlafen du nicht bei dir? Ja. Super Gast. Echt? Super Gast. Ich bin so hilfsbereit und ich fahle eigentlich gar nicht so auf. Na komm, Walter. Du bist mir immerhin gefahren, schuldig. Der Gefallen war wesentlich weniger wert als das. Was hast du dir gefallen? Nein, das ist nichts. Das hat er gemacht beim Auto. Bei deinem Auto? Ja. Ja, Moment. Ich habe mir das Auto ausgeborgt und habe natürlich vorher sorgfältig überprüft, ob da Kratzer sind. Es war so ein Kratzer drinnen. Ja, es hat mir doch gesagt, dass es ein Kratzer war, dass ich für die Reparatur aufkommen möchte. Ich wollte, habe dir mehrmals angeboten. Walter, du hast mir mehrmals gesagt. Walter, ich repariere die Kratzer war ja vorher schon. Walter, Schwamm drüber jetzt. Walter. Hey, das Mün-Kratzer ist eh vergessen. Ja. Ja? Zwei Nächte. Walter. Maximum. Eine Nacht. Eine einzige Nacht. Eine Nacht. Ja, danke. Eine Nacht. Und dafür komme ich auf die Party mit.